Hallo und herzlich willkommen meine lieben Menschen. Warum sagen wir Gott ist gerecht? Das ist der 13. Punkt aus dem Katechismus der katholischen Kirche für die Erzdiözese Paderborn von 1925. Warum sagen wir Gott ist gerecht? Wir sagen Gott ist gerecht, weil er das Gute belohnt und das Böse bestraft. Er wird einem jeden vergelten nach seinen Werken. So steht es in Römer 2,6. Er wird einem jeden vergelten nach seinen Werken. Römer 2,6. Luther meinte ja, wir sind gerettet, er rettet, wir brauchen nur an ihn zu glauben. Alles andere ist egal, doch im Römerbrief steht was anderes. Römerbrief 2,6. Er wird einem jeden vergelten nach seinen Werken. Oft bestraft Gott das Böse schon hier auf Erden. Beispiel die Sintflut, Sodom und Gomorra und so weiter. Oft aber geht es hier den Guten schlecht und den Bösen gut. Gleichnis von dem reichen Prasser und dem armen Lazarus. Der volle Lohn oder die volle Strafe wird den Menschen erst im anderen Leben zuteil. Doch ist auch schon in diesem Leben kein Gottloser wirklich glücklich und kein Gerechter wirklich unglücklich. Wenn dich die Sünder locken, lass dich nicht mit ihnen ein. Sprichwörter 1,10. In diesem Sinne, gelobt Jesus Christus, bis zum nächsten Mal und Tschüss. In diesem Sinne, gelobt Jesus Christus, bis zum nächsten Mal und Tschüss.